Ja, setzt euch nochmal entspannt hin. Die Augen geschlossen oder vor sich auf die Erde gerichtet. Der Rücken entspannt aufrecht. Auch der Nacken lang und entspannt aufrecht. Der Kopf leicht nach vorne geneigt. Die Hände entweder im Schoß zusammengelegt mit den Daumenspitzen gegeneinander oder auf den Beinen, auf den Oberschenkeln rund. Die Zunge entspannt im Mund. Und der Zungenspitze hinter den Zähnen am Boden. Ja, und beginnt, euch wieder auf den Atem zu konzentrieren. Dann Ende jedes Ausatmens zählt von 1 bis 10. Nach dem Zehnten ausatmen und dann wieder von vorne. Und dann, euch wieder auf. Armentar inneihi. Das sind die Zunge. Genau. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.